Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, dabei seid jetzt bei diesem neuen allgemeinen Reading gelegt auf den Vollmond gestern. Mal schauen, was uns hier die nächste Zeit bringt, aber generell auch die nächste Zeit. Das ist jetzt gerade mein Fokus und da wird sicherlich auch die Vollmondenergie mit hineinspielen. Ja, da möchte ich jetzt als erstes hin, daher kommt noch ein anderes Video. Wir sind jetzt erstmal bei dem. Ich freue mich, dass ihr hier teilnehmen möchtet, dabei seid und hoffentlich euch einiges mitnehmen könnt. Dankeschön für die Bestätigung über die Kommentare auf die letzten Videos, dass da viele von euch mit in Resonanz gegangen sind, auch mitgehen können, auch sich wiederfinden. In dem einen oder anderen Prozess. Ja, das ist schön, das freut mich. Und ich hoffe, ihr könnt euch dann sonst auch noch ein bisschen dies oder jenes auf eurem Weg oder für euren Weg hier mitnehmen, was euch weiterbringt für euch selbst. Ganz lieben Dank. Ja, jetzt starten wir und ich bitte wie immer an dieser Stelle den Erdengel Michael und Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading und mögen hier jetzt die Karten fallen, die uns darüber Aussage geben, wie es hier sicherlich in der nächsten Zeit für euch weitergeht und was wir für Themen anstehen seitens der lichtvollen geistigen Welt, die ihr euch anzugucken habt, die in euer Leben vielleicht auch noch kommen oder bereits anwesend sind, was das zu bedeuten hat, wie man da vielleicht auch weitergehen sollte. Oder was als nächstes kommt, wenn ich es annehme und da durchgehe. Mal schauen, was hier fallen soll. Ich lasse mich überraschen, das ist eine ganze Menge. Äh, das ist ein bisschen was, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob du Schuldgefühle schon mal kennengelernt hast. Meistens dann, wenn man meint, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht tun sollen und warum habe ich das getan und nun habe ich den Salat und was weiß ich nicht noch. Gut, ich habe das sicherlich aus gewissen Gründen getan. Das ist ja meistens eine Reaktion und dann war ich nicht hundertprozentig bei mir. Dann war ich auch nicht in meiner Mitte. Und dann bin ich sicherlich auch, ich hatte fast gesagt, nicht ganz zurechnungsfähig. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man reagiert dann, man agiert nicht. Ja, also das sind eher Reaktionsverhältnisse und Schuldgefühle. Die sind sicherlich in dem Fall negativ, die muss ich aber nicht haben, weil ich zu dem Zeitpunkt eben die Erfahrung gemacht habe, darum so reagiert habe, wie ich reagiert habe. und heute mit Abstand weiß ich, dass ich höchstwahrscheinlich anders agiert hätte. Ja, klar spielt dann manchmal auch die Politik, die Maske, die Masken eine Rolle, in denen wir dann stecken oder das Gegenüber, die Personen, die in meinem Leben sind, in dieser Situation waren. Die tragen sicherlich auch welche. Und ja, wenn ich dann so reagiert habe, wie ich reagiert habe, hatte das sicherlich auch seinen Grund. Das habe ich aber zu erkennen. Und den anderen, die anderen sicherlich dann auch, wo die gerade waren, warum sie dieses Schauspiel spielen, denn das erzählt ja etwas von ihnen, das begründet ja nicht, begründet ja nicht auf mir, nein. Die haben auch ihre Themen. Ja, und darum geht es, das ein oder andere in die Heilung zu bringen. Das heißt also auch wieder mich selbst. Ja, ich stelle mich also nicht mehr in Frage. Ich hinterfrage mich zwar noch. Ich weiß auch, wo es herkommt. Ich weiß, was ich hätte anders machen können. Ich lasse es so stehen. Das nächste Mal mache ich es anders. Dann bin ich eine Idee schlauer und dann sollte das sicherlich auch wieder anders laufen. Gut, dass ich mal hin und wieder auch in einen Rückschritt verfalle und dann vielleicht doch das Alte nochmal mache. Gut, das ist auch normal. Denn meistens sind Sitzendveränderungen noch nicht gleich. Das heißt, dass auch ein bisschen Geduld, Verständnis, Mitgefühl mit mir mitbringen. Ja, dann sind wir also hier im Veränderungsprozess. Wir lassen die Masken. Wir brauchen uns keine Schuldgefühle mehr einreden. Wir waren, wie wir waren. Damals waren wir auf diesem Entwicklungslevel. Heute sind wir auf einem anderen, denn wir sind jetzt auf dem Heilungsweg. Und das heißt, wir heilen hier die Dinge in uns. Wir verändern sie oder nehmen sie auch erst mal so an und verändern sie dann. Denn das sind ja auch wir gewesen in dem Fall. Darum darf ich das so stehen lassen. Ich muss mich da nicht infrage stellen, mir Schuldgefühle einreden oder sonst irgend sowas. Nein, ich gehe mit den Themen, die mir bekannt werden, in die Heilung. Ja, und manchmal geht das auch ein bisschen schnell. Und dann sprinten wir wie dieser Pfeil und wir gehen in eine andere Richtung. Die ist dann plötzlich ganz bunt, wie dieser Regenbogen, wie die Regenbogenfarben auf dem Bild. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene, auf einem neuen Level und voller Enthusiasmus, voller Energie, um mir jetzt wirklich das Leben zu leben, was jetzt spannend wird und sich hier in vielerlei Dingen vielleicht auch schon zeigt. Und wir wollen doch hier, ja, jetzt anders. Klar habe ich meine Vision, ob sie in Erfüllung gehen, das wird man sehen. Da hängt ja manchmal, gerade in diesem Kartenbild, wo Mann und Frau drauf ist, wo ein Traum eine Rolle spielt, ja, noch die andere Person eine Rolle und die muss ja auch mitspielen. Ich kann ja visualisieren, ich kann auch mit damit spielen, wenn ich das so nennen will, dass ich mir eine Person vorstelle, nicht jetzt gesichtsmäßig, sondern in der Silhouette, mit der ich dann das Leben lebe, was ich da alles gerne leben möchte, und ich bleibe in dieser Energie, ich vertraue dieser Energie, dass ich das erreichen werde, was ich mir da vorstelle in einer Partnerschaft und dass ich das auch mit dieser Person so lebe. Wenn ich visualisiere und manifestiere, habe ich es schon, darf mich da und sollte mich da hineinfühlen, damit dann auch die Energie da ist und ich sie aussende, um sowas auch anzuziehen. Denn ich bin existent und eine Existenz, wie alle anderen auch, die haben auch alle Macht und ich darf das und kann das und ich sollte wissen, was ich möchte. Ich lebe. Ich sollte leben. Kommt immer nur ganz drauf an, was da jeder drunter versteht. Und das wäre dann auch über den Weg in die Verendung kommen. Viele Dinge erkennen, den Weg weitergehen, wachsen in mir selbst, für mich selbst, um mir neue Erfahrungen zu machen, um neue Visionen zu leben, einen neuen Abschnitt, eine neue Ära in meinem Leben einzuläuten, ein neues Kapitel aufzuschlagen, ein neues Kapitel zu schreiben. Denn ich habe dieses und jenes erkannt. Ich weiß jetzt, was ich will. Ja, das ist wieder der Weg, dass wir sind sicherlich hier wieder auch Aufgaben oder die Dinge, die in deinem Leben ablaufen werden, wenn du den Weg weitergehst und nicht stehen bleibst. Dann schwimmst du mit dem Strom, lässt auf dich zukommen, weißt, dass du immer deine Projektion kriegst vom Außen und dass du dir das angucken darfst, was da dein Teil ist, den du angucken solltest. Der andere hat ja auch sein Teil, das ist ja nicht alles deins. Nein, du darfst dir nur deinen Teil oder solltest dir nur deinen Teil angucken. Ja, und dann kommen wir in den Erfolg. In den Erfolg, wo wir hier ja sowieso dann im Wandel sind, in den Veränderungen im Leben und unsere Erfolge dann sicherlich hier auch fahren werden. Wir gehen jetzt nochmal mit den Sanssouci Cards von den breiten Steinen da rein. Dann kann das schon mal passieren, dass da Neider dabei sind, und die dir dann deinen Weg nicht gönnen, deinen Erfolg, deine Ausstrahlung. Denn du strahlst dann was anderes aus, was sehr Positives, wo dann auch wieder andere neidisch drauf sind, weil sie da noch nicht sind, wo du bist. Aber das ist ihr Thema, das ist nicht deins. Die senden aus. Und dann kann man sicherlich auch in die Jahrhundertliebe kommen, dem Traummann begegnen, füreinander bestimmt sein, um hier dann schließlich auch in die feste Bindung zu kommen. So, und das ist der Gipfel des Ganzen. Das Schlaraffenland. Die Überfülle, die Glückseligkeit, in den Wohlstand zu kommen, in den inneren und äußeren Reichtum, in die Wunscherfüllung. Das ist dann die Joke-Karte. Gut. Genau das. Und nichts anderes wünsche ich euch allen. Den Weg, ihr wisst, der ist streckenweise ganz gut mit Steinen beflastert, ja. Aber die soll mich nicht nur zum Stolpern bringen, sondern zum Nachdenken. Es sind auch keine Probleme. Und ich muss auch nicht nur größere Probleme draus machen. Ich sollte Lösungen finden. Das ist der Weg. Ich drücke euch. Schönen Abend. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.